Blaugrünes Schwalbenschwänzchen Dieser tropische Fisch lebt in flachen Gewässern in der Nähe von Korallenriffen und hat einen leicht vorstehenden Unterkiefer. Seine blaugrün-schimmernden Schuppen ändern bei Lichteinfall ihre Farbe. Blaugrüne Schwalbenschwänzchen sind scheue Fische, die bevorzugt in Schwärmen unterwegs sind. Bei Gefahr flitzt der ganze Schwarm hinter Korallen, um dort Schutz zu suchen. Guten Tag, ihr Leute. Jetzt labert sie natürlich rein. Ich habe gesagt, ich mache Vorstellungen. Oh, da ist ein Pusch. Ich mache Vorstellungen, dann stelle ich dich vor, dann darfst du reinlabern. Macht sie natürlich nicht. Guten Tag. Ich habe noch keine hochdeutsche Begrüßung, tut mir sehr leid. Oh, Moment, kann ich nicht dazu machen? So, wie immer an meiner Kollege, meine geschätzte, feucht-fröhlich-nasse Taucherin, die Freundin. Ach. Okay, alles klar, guten Tag. Wir erkunden wieder zusammen diesen Mondfisch. Ich habe mich übrigens noch mal genau informiert. Ich habe die Freundin gefragt. Ja, Mondfisch heißt auf Englisch Sunfish. Das ist so quasi, mein Mondfisch-Wikipedia ist quasi eine Freundin. Guck mal, bei mir schwimmt ein Fisch hinterher. Ja, wir, hoppala. Wir haben ein bisschen weiter gespielt. Und ich bin jetzt Level 20. Ja, sie auch. Ich bin jetzt Level 20, äh, die Freundin. Was für Level bist du? Ja, da fragst du Sachen. Moment. Kann man erst in den Direktor gucken? 22. Das ist jetzt nicht so mega. Für das, wo du 50.000 Stunden, oder geht es ab 20 nicht mehr schnell weiter? Gute Frage. Okay. Also, wir haben weiter gespielt. Und so langsam schnallen wir, was das Spiel so von uns will. Ach so, ich war gerade, ja, was das Spiel so von uns will. Und zwar, ja, Sachen freischalten. Fische. Manchmal, so wie jetzt gesammeltes Licht, dann gibt es oben irgendwie so ein Ding, es fängt an. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ein Handschuh. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, was haben wir denn? Ein Schwarzflossenbarsch. Der Marlin ist übrigens meiner. Den habe ich ja dabei. Wenn der mir dauernd vor die Linse schwimmt, kann man da nichts machen. So, da ist ein Schatz. Oh, was ist das? Ein Metallophon. Das ist wie ein Xylophon mit Metall anstatt mit Xyl. Finde ich lustig. Wenn die Freundin so leise lacht, dann hört es das Mikro nicht. Aber ich höre es. So, guck mal, jetzt ist auch die Musik weg. Also, eigentlich ist das hier mir schon fast ein bisschen zu hektisch. Das hat was von, ja, so Pokémon Snap. Oh, geil, da ist ein Boot. Ich helfe ein Boot. Was? Das Spiel ist doch viel zu langweilig. Ja, es ist viel zu langweilig für junge Menschen. Was geht denn hier? Kann ich da nicht rein? Geh mal da runter, da. Der will nicht. Jetzt will er. So. Was ist denn da hinten, was da so glitzert? Ziegelbarsch. Nee, da ist schon was. Oh, das ist ein großer Schatz. Wenn es lange dauert, dann ist es... Oh, Brief eines Kaufmanns. Komm, ich mache mal hier einen lecker Aufkleber hin. Ja, ich habe mir so ein paar neue Aufkleber. Die habe ich mir gar nicht gekauft. Guck mal. Äh, was ist denn das da eigentlich? Weiß nicht. Ähm, ich mache den da hin. So. Dann können andere Leute, wenn sie in der Nähe der Karte sind... Äh, ist das schlimm, wenn das... Mein großer Erz, nennen Sie es schräge Gebäude. Das ist schlimm. Oh, ne, da oben nehmen wir auch noch mit, oder? Das ist ein Feuerfisch. Passt. Platzierter Drachenkopf. Das ist ein Kuchenteller. Passt. Die nirpanische Hunszunge. Hahaha. Schön. So. Ach, das ist gar kein Ausgang. Aber dich kenne ich doch noch gar nicht. Ah, da bin ich die Hunszunge. So. Genau. Und diese Schwämme, die kriegt man immer so schlecht. Äh, ja. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Manchmal sieht man auf der Karte... Oder wenn man halt viel scannt. Oh, da war gerade irgendwo ein Schatz da. Die Richtung. Ähm. Sogar zwei. Ist ja Wahnsinn hier. Moment. Oh, das ist wieder was Größeres. Äh, ne goldene Oktopusstatue. Drei Sterne. Ja, cool. Das kriegt auch so ein Ding ins Dran von mir. So. Zwei Sterne. Ja, komm. Alles mit zwei Sterne kriegt von mir so ein Ding ins Dran, so. Was wollte ich denn jetzt... Das kann ich jetzt vielleicht mal fertig denken hier. Ich werde meinen eigenen Gedanken nicht hier. Äh, ja. Da erscheinen dann manchmal... So orangene Kreise, wo du drauf hingewiesen wirst. Das sind dann Fische mit Anomalien. Die sind dann irgendwie so... Hier geht's ja voll ab. So komisch pixelig oder so. Vielleicht finde ich irgendwann mal einen, dann kann ich es mal zeigen. Und wenn man genug von denen gesammelt hat... Der da wahrscheinlich sieht gut aus. Huch. Ne, das war ein normaler, war einfach nur ein großer. Du musst auf der Karte gucken, die sind auch schon rot eingekringelt. Ach, sind sie schon da? Ja. Bei mir halt noch nicht. Also ich sehe noch nicht, oder? Ja, ich habe auch noch keinen. Ach so, ich schätze mal, das kommt erst mit der Zeit irgendwann. So, da geht's aber tief runter. Kann ich da hin? Ne, da ist Rand. Oh, so mag ich die Musik. Die ist schön chillig. Ja, dann erscheinen diese orangenen Kreise, das dir so ungefähr sagt, wo diese seltenen Fische oder dieses Anomalien, quasi zu finden sind. Ist das eine Höhle? Hm, vielleicht? Da war ich schon. Erst doof. Und wenn man dann die genug gescannt hat, du kriegst dann angezeigt, wie viel das das finden muss, insgesamt auf der Map, von der... von der, ähm, von diesen Anomalie-Fischen. Und wenn du alle hast, alle, was weiß ich was, fünf oder sechs oder sowas, und dann erscheint dieses super special Fisch-artige Vieh. Muss nicht unbedingt ein Fisch sein. So wie letztens der, in der letzten Folge der, Seehund-Robo-Gedönse da. Ach, das ist wieder ein Berg, da kann ich nicht drüber, kann ich da vielleicht höher? Ah, da kann ich drüber. Ja, so wie die Seehund-Robo mit der Krone, und wenn du die dann einscannst, und dann freuen sich alle. Ja, ich hab keine Ahnung. So. Des Weiteren hab ich bemerkt, wenn man große oder kleine Fische scannt, also so wie hier jetzt so, was hoffe ich, wir scannen mal ein paar mehrere, so. Und dann ist ja da manchmal ein L oder sowas dran. Ähm. Um da aber die Einblendung zu kriegen, hier größter oder kleinster, muss man halt drüber gehen mit dem Ding, sonst funktioniert das nicht. Warte mal, das ist ein Juwelen-Fahnen-Barsch-F, also Female oder wie? Die hat ja auch einen schönen Schwimmel an. Heißt das nicht Fumm? Ist auch egal. Ja. So. Ah ja, es gibt was Neues. Mal gucken. Faunkaiser-Fisch, so. Was ist denn das für ein Dreieck da, was wir gerade ausgelöst haben? Ja, was das genau macht, habe ich irgendwie nur jetzt so ganz geschnackelt. Das könnten Sie auch ruhig mal erklären. Ja, vielleicht ganz praktisch. Meg Kroskers Zwerg-Lipfisch. Komm, dann lass mal mal vorlesen. Meg Kroskers Zwerg-Lipfisch. Diesen Vertreter der Lipfische kennzeichnet das fadenförmige Filament an der Rückenflosse. Aufgrund seiner leuchtend roten Farbe mit Streifen entlang der Körperseite und des geradezu kunstvollen Aussehens der Flossen ist er ein beliebter Zierfisch. Okay. Haben wir wieder was gelernt. Da ist ein Feuerfisch. Oder wie das heißt. Keine Ahnung. So, ich muss jetzt da, 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 da. So. Bisschen hier erkunden. Ja, wie man sieht, äh, es werden, glaube ich, nur noch die Fische blau... Moment. Gemusterte Juwelen-Fahnen-Barsch. Hier ist das eine blau angezeigt, die man halt noch nicht gescannt hat. Das haben wir dann auch schon geschnackelt, so wie der da. Die sind so ein bisschen bläublich. Wird ja im, im, im Story-Modus wird ja erklärt. Komm, den nehmen wir mit. Alter, was knarzt denn da so? Ist das das Schiff, das hier so knarzt? Äh, äh, äh. Ich geb dir gleich deine Knochen. Du Engelche. So. Genau. Dann hör ich mal auf zu labern und konzentrier mich mal auf Scannen. Jetzt hab ich aufhört zu labern jetzt aber. Ich bin fasziniert, dass das so gut klappt. Ich rede noch nicht mal vom Scannen, ich rede vom Hochgoldschreiben. Da waren doch eben noch ganz viele. Ja, hab ich sie erwischt. Was ist denn das? Dunkelflossen-Barracuda. Mhm. So. Da, das meinte ich. Jetzt kommt die Dunkelflossen-Barracuda, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einfach, also, ne, da kommt nix da. Bisher kleinstes Exemplar. Dunkelflossen-Barracuda. Ich lass mal labern. Er ähnelt dem Atlantischen und dem Winkel-Barracuda. An seiner v-förmigen Schwanzflosse ist er aber eindeutig zu identifizieren. Mhm. Manchmal schwimmt er mit anderen Barracudas rasend schnell im Kreis, was dann wie ein Barracuda-Tornado aussieht. Dieses Spektakel zu erleben ist der Traum vieler Taucher. Ist das vielleicht ein Hunsfisch, der dann versucht, seinen eigenen Schwanz zu beißen oder so? Da war doch eben noch irgend so ein... Was ist denn das? Ah, ein Hufferfisch. Äh, Huffer, was weiß ich. So. Schwimmen wir mal ein bisschen rum. Einfach mal ein bisschen Karte freischalten. Also, ja, vielmehr ist das hier eigentlich nicht... Ist mir eigentlich, wie gesagt, fast schon zu hektisch, weil das so viele Fische sind. Ich kenn's halt noch aus Endless Ocean 1. Ach so, ich muss scannen, ne? Ich kenn's halt noch aus Endless Ocean 1. Da hast du dann halt mal da einen Fisch gehabt und da kommen mal drei oder sowas. Und dann ist das schon nur krasses Sache gewesen. Und hier wirst du ja zugemissen mit Fischen. So, bin ich schon wieder am Boot. Und das ist ein anderes, oder? Okay, da gibt's schon ein paar Hatz. Wahrscheinlich wieder unten drin. Okay, also dieses Bootsmodell, das haben sie jetzt schon sehr oft irgendwie, oder? Das andere hing genauso da. Was gibt's denn? Und da war sogar dasselbe drin. Hä? Dann kriegt ihr halt noch ein Blöppel dran. So, und da unten im Rückending vom Boot, das einen bestimmten Namen hat, Heck oder so. Ja, das ist dasselbe Boot wie vorhin und der Schatz ist wieder da. Das ist interessant. Ey, Camden, guten Tag. Sag mal, Freundin. Ja? Ich hab dich ja noch gar nicht gesehen. Wo bist denn du überhaupt? Ich bin gerade irgendwo in deiner Nähe. Ich wollte, der Typ da, der ist irgendwo unter mir. Ah, ja, ich bin beim Typ da. Achso, ich kann mal auf die Karte gucken. Ich bin auf C1. Oh, da ist schon ein Fisch, siehst du das? Du musst den D2. D2. Achso, Moment. Hat der den Fisch, hat der den dran gepinnt? Ja, ja, der hat den einfach so markiert, weil das... Achso, okay. Ein seltener Fisch ist aber noch nicht der Special Fisch, der da auftaucht. Ah, okay. Ja, der ist ja noch viel zu früh, wir haben ja noch gar nichts gesammelt quasi. So, wir schwimmen mal hin, wir gucken mal, was der da für einen Fisch markiert hat. Achso, das ist wahrscheinlich einfach nur der Mondfisch, den er markiert hat, kann das sein? So, und hier sind wir wieder beim Spülen. Den hatte ich doch sogar schon, oder? Ach, ich muss mal aus dem Eck da raus. Ja, gehen Sie mal aus dem Eck da raus, genau. Kannst du aufdecken? Hat sich wieder im Eck versteckt, so ist sie. So, ich hatte letztens mal beim Schwimmen irgendwie ein Quadrat, das war quasi komplett leer. Da war nur Meeresboden, da war nix da. Da war noch nicht mal irgendwie ein Stein oder sowas. Fische gab es auch nicht, aber sehr viele Schätze. Ich glaube, in dem Quadrat gab es irgendwie so... Ich habe sechs oder sieben Schätze gefunden. War eigentlich recht cool. So, Schwarzflossen tun, aha. Augenstreifen, Bernstein, Magrele. Ja, was tun denn die Schwarzflossen? Ja, äh, Schwarzstreifen tun sie tun. Guck mal, zwei Linien, Magrele. Noch eine mehr, sie werden von Adidas. Not sponsert. Kuhkopf, Doktor Fisch. Ach, komm. Da habe ich schon gekühigere Fische gesehen. Was ist denn hier los? Ein Sägerochen. Das ist ein Fisch. Und da ist noch ein Fisch. Ach, lauter Weislinge. Mehr Weislinge, was die da machen. So. Oh, der Schatz. Übrigens verschwinden die Markierungen von den Leuten, wenn sie die Map verlassen. Das ist ja Kacke. Ja. Oh, ich habe Piraten-Code gefunden. Gibt es denn da zu lachen? Hat er eine Augenklappe oder woher hast du das erraten? Das stand da dran. Ach so. Oh, und eine Gitarre. Hey, die kriege ich jetzt so nett. So, was ist das mit dir? Und dir? Aha, lauter neue. Das sind Streifen. Naja, Wolkenkatzenhai, okay. Und ein japanischer Stierkopfhai. Ist das hier die Kuhweide oder was? Ich habe auch schon einen Fisch, der irgendwas mit Kuh hieß. Also K-U-H. Oh, da gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Platte zu finden. Ja, diese großen, runden Steinplatten, die man letztens mal, wo du dann irgendwie sowas gelabert kriegst, so bla bla, stimme im Kopf, bla bla, mache dies, mache das. Wo wir nicht wussten, wie man Fische dazu kriegt. Kann ich ja mal kurz erklären. Man scannt einen Fisch, so wie den da. Dann sieht man oben rechts eine Anzeige. Ich habe gerade 10 von 60. Der Fisch wiegt, oder, ja, hat die Größe 10. Und ich kann insgesamt die Größe 60 nehmen. Also ich könnte mir jetzt 6 Zehner Fische nehmen oder ein 60er Fisch oder sowas. Machen wir das mal gerade. Das war nichts. So geht das. So, und jetzt schwimmt der mit mir ein bisschen rum. Da ist er da hinten. Schwimmt mit mir rum. Freut sich. Und ich freue mich auch. Was ist ein Fischer? So. Da ist was langes, dünnes. Amerikanischer Humor. Ja, ist es nicht. Ein rauer Flötenfisch. So rau sieht er nicht aus, aber sehr flötig. Definitiv. Oh, Moment. Flötenfisch, wo bist du? Komm her. Du bist doch bestimmt nicht so arg groß, oder? Guck mal, der hat 40. Den kriege ich rein. Komm her, Flöti. So, siehst du, jetzt habe ich... Jetzt habe ich quasi ein kleines Schild und ein kleines Speer. Das ist cool. Jetzt kann ich schon einen Lanzen machen. Und das Coole ist, wenn ich nicht will, also die hauen nach einer Zeit von alleine wieder ab. Und wenn ich das nicht will, muss ich sie einfach immer wieder scannen. Das ist voll praktisch. Ja. Und ich habe das nicht rausgefunden, weil ich so doof bin. Nee, nee, das ist... Ah, die Technik habe ich das. So, ah, da ist das Geschenk. Wer ist Geschenk? Quatsch. Das Laber da. Der Schatz. Jetzt wird die Musik aber laut. Hey, was ist das hier? Ja, komm. Rein damit. Nachricht der Zentrale. Ein UL könnte in der Nähe sein. Um es zu finden, musst du die anderen anormalen Lebewesen scannen, deren Aufenthaltsort auf der Karte mit orange-arbenen Kreisen vermerkt ist. Wenn du dich einem der Lebewesen näherst, von denen ungewöhnliche biometrische Systeme auskippt, blinkt der Scanner orange. Ab Schwanz kommt beim Sperrviech noch was raus. So, dann zeigen wir das mal kurz. Ganz unten auf B8 und ganz oben bei D1. Ganz links unten bin ich ja quasi. Da gehe ich jetzt da hin. So, in die B8 und B7. Äh, A. So, also da kann ich hingehen. Dann machen wir das mal. Ich tue meine Pflicht. Ich kann leider nicht hin, weil ich habe mich verlaufen. Äh, verschwommen. Ich bin verschwommen. Die ist nur noch verschwommen, ja. Ja. Pflicht ist manchmal witzig. So, bin ich überhaupt noch richtig? Ja, ein bisschen rechts. Manchmal kommt man auch da gar nicht hin, wo man hin will. Und dann ist das Rätselslösung meistens, aber ich probiere es mal oben, dass man irgendwo eine Höhle findet, wo man dann reinkommt. Ja, hier wahrscheinlich, wie man hier sieht. Dann schwimme ich mal hier um den Felsen da drumherum und gucke mal, ob ich irgendwann eine Höhle finde. Sag mal, Jesse, Freundin, findest du auch, dass das, äh, der Delfinfußschlag, dass der sich so falsch anhört? Der hört sich an, als würdest du das über Wasser machen. Das ist so ein helles Plätschern, weißt du? So, da geht es also nicht lang. Das ist schlecht. Okay, Münzen in Brunnen. Das kommt irgendwie öfter vor bei uns im Spiel. Münzen in Brunnen? Ja, da ist eine Münze in einem Brunnen. Da ist ein Brunnen unter Wasser? Ja. Da ist eine Münze drin. Wie kriegt man denn da aber mit einem Eimer? Du willst ja aus dem Brunnen das Wasser rauskriegen mit einem Eimer. Ja, das dauert halt ein bisschen länger. Hm. So, ich schwimm mal hier weiter drumherum. Vielleicht komme ich irgendwann da um den Fels. Da ist, da ist ein, ein Delfinartiges Fischilein. Ein weiße Streifendelfin. Okay, habe ich gewusst. Das ist mir klar. Ich versuche hier immer noch irgendwie drumherum zu schwimmen. Irgendwo muss es doch einen Eingang geben. Ja, so wie es aussieht nicht. So, was macht eigentlich meine zwei Fischis? Die muss ich mal wieder angucken, damit sie sich freuen. So, ja, irgendwie finde ich keinen Zugang zu diesem Planquadrat. Ich sage immer Planquadrat, ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Komm, du kommst auch noch mit. Damit ich so begleiten kann. Ich habe gerade einen Rucksack gefunden. Oh, der passt noch. Oh, noch so ein kleiner. Oh. So, ich schwimm jetzt einfach mal daneben runter. Oh, da muss doch irgendwo, muss es doch hier einen Zugang geben. Meinst du, zu schwimmen? Ist nicht gesagt. Ich kann da reinlaufen. Hä? Zu schwimmen. Was war jetzt? Ja, ich glaube, ich finde den hier nicht, wie man sieht. Okay, dann probiere ich das mal. Also, da unten irgendwie muss man doch hinkommen. Kann doch wohl nicht sein hier. Wahrscheinlich ist irgendwo wieder so ein, ja, so ein Brunnen, wo man dann rein kann oder so. Ich bin nicht gerade erschrocken von meinem Flöti. Oh, dieser Schatz. Irgendwo? Das muss einer sein, sagt er. Aber wo? Ah, da. Da, da, da. Da bleibt, da. So. Okay, ich mache mich jetzt quasi von der anderen Seite da irgendwie dran. Ich sehe aber auch nichts. Guck mal her, den scanne ich. Den scanne ich. Kann ja wohl nicht sein hier. Jetzt geben wir noch meine Fischis. Dass die mir nicht verloren gehen. Und noch einen Falterfisch mitnehmen. Den kriegt man noch mit. Zack. Die Vielfalt macht's, ja. Verschiedene Fische dabei, das ist richtig. Also, das ist ja wirklich, guck mal, ich komme hier, in diesem Eck, ich komme da nicht rein. Das ist jetzt furchtbar interessant, was ich hier mache, gell? Aber irgendwie muss man doch da reinkommen. Das ist furchtbar als interessant, aber ja. Ich will da rein. Ich will da rein. Oh, geil, Fische. Oh, geil, Fische. Uh. Das ist was ganz Neues in dem Spiel. Ja, aber hier sind Indopazifische Blaumagrelen. Das ist schon, das ist schon was, ne? Jetzt bleibt ihr bald hier. Nein, du bist ein rauer Flötenfisch. Da, weil ich wollte dich haben. Brotlachse. Nicht zu verwechseln mit einem Lachsbrot. Brotlachs und Brot auf Lachs, äh, ja. Ja, genau. Mach du mal das Brot auf den Lachs. So ist denn das die Australier? So. Ich finde es gut, dass gerade diese Musik kommt, die da sagt, oh ja, jetzt wird es spannend. Nö, es ist einfach nur ein alter Riesenmondfisch. Äh, ja. Alter. Der Fisch-Mütze. Oder wie das Lied geht. Wie hieß das nicht? Der Fisch-Master-Fisch? Ja, Fisch-Master. Fisch-Aber-Fisch. Tief in hier schwimmt ein Bade. Ach so, das Lied fängt anders an, aber egal. Ein T-J-Hoi. Hi, T-J-Hoi. Hehe. So. Das ist aber ein kleiner, den will ich scannen. Der ist ganz, der ist recht groß. Für das, wo er so klein ist. So. Was ist denn das da alles? Das ist schon wieder das Boot. War ich da nicht schon mal? Also irgendwie... Jesus, ne, guck mal. Da so viele kleine sind. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die nur, also zumindest in diesem Level, sag ich mal, nur eine, zwei Sorten von Booten haben. Eins mit Schiffsschraube. Und, äh, ja. Und, und. Eins mit Mast. Kommt jetzt kein Mast-Have von dir? Das ist aber seltsam. Legende des Meeres. Meeres Gottes. Hier, her mit. Rufende Wetter. Gibt's hier nix sonst irgendwie so. Hm. Nicht so wirklich. Das ist schon da hin. Da drüben war gerade was. Eiu, eiu, eiu. Geht's rund hier. Wo sind denn die, die roten Anomalie-Fische? Ja, wahrscheinlich... Ja. 8, A8. Viel Spaß. Ich komm nicht hin. A8. Ich komm nicht in das ganze Eck. Die A und B ist 8 und 9. Ich komm da nicht hin. Okay. Weiß halt nicht wie. Moment. Da war gerade ein, 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 ein Ge... Ein Geblubber. Oh, meine Fische sind weg. Hier, dann kommst du gerade mit. Okay, danke. So, wo wollte ich denn hin? Da ist noch ein Blau. Was macht der O? Oh, die sind alle blau. Die sind ja alle blau. Makesa Faltafisch. Da ist das Geblubber, genau. Was ist denn das? Eine Parfümflasche. So, perfekt. Wollte ich mich immer mal haben. Kann ich mich unter Wasser einpappenieren? Riechst du es, Jessi? Ah, Knell Nummer 5. Bäh. Was bist denn du? Oh, ein weißer Orca. Hallo. Voll hübsch. Ich wollte dir mal unter dem Schwanz gucken. Ja. Eigentlich will ich nur gucken, ob der halt unten schwarz, die Schwanzflasche unten schwarz ist. Ja, isse. So. Hab ich geklärt. Hab ich voll geklärt. Warte mal, den hab ich aber noch nicht für den, Fusch. Komm mal her, du. Du bist ein Kommersendelfin. Aha. Ist der Sohn schon im Komma? So, jetzt sind wir wieder an dieser Stelle, wo ich nicht weiterkomme, Jessi. Hilf mir doch mal. Schwimmen wir hier beide im Kreis. Vollkommen sinnlos. Ich komme hier einfach nicht rein. Ich komme hier einfach nicht rein. So. Ich schwimme jetzt einfach in die ganz andere Richtung. Wahrscheinlich gibt's... Was ist denn noch im ersten Teil? Das Geisterschiff? Das war cool. Plum, plum. Das ist gleich viel schöner. Im ersten Teil gab's ein Geisterschiff. Also so Gerüchte, dass es irgendwo ein Schiff immer wieder gesehen wird. Und dann bist du dem nachgegangen und hast dann nochmal wirklich irgendwie so ein altes Schiff oder sowas. Grünbürzel Papageifisch. Der hat noch nicht mal einen grünen Bürzel. Der hat einen roten. Und dann bist du dann den Gerüchten nach und hast dann irgendwann das Schiff, das war so ein, ich sag mal, Piratenschiff, so ein Holzschiff, sowas mit Mast und sowas, gefunden. Das war halt einfach nur alt. Und dann bist du da reingegangen und dann irgendwie so, oh, ich weiß nicht, was passiert. Das Schiff, es versinkt plötzlich. Und du warst dann in dem Schiff gefangen und das ist irgendwo auf dem Meeresboden dann gesunken, wo du sonst nicht hingekommen bist. Und so hast du dann halt unten eine neue Stelle entdeckt. Und da gab's dann die Begegnung mit dem, mit dem weißen Hai. Die war richtig cool. Da war dann, da, da, da bin ich richtig erschreckt, weil das war schon krass. Weil, ist jetzt nicht so, das war der erste Teil. Die haben dich da auch nicht angegriffen oder so. Der war halt plötzlich, du guckst da und plötzlich kommt halt dieser weiße Hai auf dich zugeschwommen. Das war schon, das war schon ein Anblick. Das war doch wie so ein Dimensionstor oder so. Das war doch irgendwie mal was. Ja, sag ich doch so. Na, Dimensionstor war es jetzt nicht. Das war schon, du bist da ins Boot rein und das ist einfach gesunken irgendwo hin, wo du dann halt dorthin gekommen bist irgendwie. So, also irgendwie hab ich ja, also im Moment hängt's gerade, ne? So von wegen Fische finden und so. Ja. Ich, 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 ich tu mal außen die, die Dinge abklappern, ganz außen. Wie gesagt, vor uns waren die Anomalie Fische halt oben bei C, D, 0, 1, 2, was. Ja, aber wenn du die doch, aber guck mal, wir haben 5 von 7, es fehlen noch 2. Wieso sollten die da jetzt immer noch sein? Ja. Also, die sind halt weg, wenn du sie hattest. Also. Bringt ja nix, wenn du sie zweimal anfummelst. Du hast halt den einen schon. Moment, du paddelst jetzt immer noch da oben rum, obwohl die Ringe schon lang weg sind? Ne, ne, ich bin jetzt oben bei 7. Ja, genau. Guck mal, guck mal, ob du irgendwie reinkommst. Vielleicht geht's dir besser. Meine Kreatur hat mich verlassen. Nein, Freundin. Was ist denn das? Ist das ein Zebrawels? Tigerspatenwels? Ist das ein Welses, hab ich erkannt. Wenn die so Fühler da vorne haben. Dann, das ist ein Welses, das hab ich, das sehe ich mit meinem geschulten Auge. Oh, Piranhas. Reifelt noch einmal, ist das ein Welses? So, jetzt pass auf. Mal nehmen ich Selected. Wels, ein Anblick. So, Aufnahme gespeichert. So, schönes Screenshot gemacht. Uh, da ist was zum Scannen. Na, den kenn ich. Bist du? Bist ne Gru... Oh, ich hab ne coole Idee. Pass auf. Der kommt mit. 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 Der kommt... Oh, geht nicht mehr mehr. So, ich hab jetzt Kollegen dabei. Piranhas. So, ähm... Ah, hier geht's nicht weiter, oder wie? Ich wollte doch irgendwie da drüben so hinschwimmen. Nö, das ist irgendwie so ein Rundschwimmhöhle. Das ist aber doof. Sieht doch aber aus, als könnte man da drüben raus. Warum geht das nicht? Ja, kann man doch auch. So, da rechts dachte ich so, weißt du? Aha. Aha, oh, was ist denn das? Was ist denn das? Das sieht aber lustig aus. Guck mal. Cola Surus. Der hat durch, der braucht Cola. Cola? Hast du Dino gefunden, ja? Ja. Ja, nee. Ja. Ja. Nö, ja. Moment. Da muss man mal hier ein schönes Foto machen von dem. Guck's dir an, hey. Knips. Junge, geh mal ein bisschen weiter weg hier. Ich hab nämlich das Problem, dass du nicht gescheit dargestellt wirst, wenn du so nah an mich dran gehst. Ich will ihn ja hübsch haben. Huch. Bäh, bin ich denn? Da unten ist er. Der Cola Surus. Huch. Jetzt bin ich rausgegangen. Also diese Tastenbelegung auch, die, so was, was ist denn das jetzt? Echt jetzt. So was kann sich nur ein Japaner ausdenken. Also so eine Tastenbelegung, die ist einfach unglaublich. So, jetzt haben wir genug Fotos gemacht von dir. Was ist denn mit denen hier eigentlich? Haben wir die schon? Weiß gar nicht. Trollt, Ringel, Kugelfisch. Da hinten waren wir doch. Ich will doch da hinten zu dem Cola, Mann. Damit wir mal hier weiter gucken. So. Ach, da ist einfach gar nichts. Ja, ich merke schon, das ist heute die langweilige Folge. Das liegt halt auch daran, dass die Freundin nicht so viele Witze zum Besten gibt. Mach mal einen Witz los. Rumkugeln, tun rumkugeln. Ich bin jetzt in dem Planquartat. Ich habe auch schon rote Dinger, aber ich finde es nicht. Hier ist hier. Du hast schon rote Dinger. Ja. Das ist schlecht. Wie bist denn da reingekommen, hä? Oben? Du kannst oben an der Kante irgendwo und dann geht es da irgendwo in so ein Höhensystem rein. Guck mal, guck mal. Die Blockaulus, da ist derselbe ein Klein. Wua! Der hat voll den Boomerangkopf. Junge, dreh dich mal rum. Hey. Bist du witzig? Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Ja. Oh, fehlt noch einer. Danke. Bitte. Der war genau daneben, ne? Das ist ein Knochenhecht. Ein Alligatorhecht fast. So, fehlt noch einer, sagt sie dann. Hier sind lauter Piranhas, aber sonst nix. Dann muss ich mich wohl mal umgucken. Ah ja, doch. Bei unten, bei euch irgendwie so. Ja, aber. Komm, ich beam mich mal zu dir, ne? Das wird vielleicht besser gehen. Ah ja, wenn man halt schon Leute angelabert hat, angewunken hat, dann kann man sich da hinbeamen. Und hier los. Hallo. Was gibt's denn hier? Okay. Oh, ein Kristallschädel. Schön. Findest du da irgendwann auch einen Hut und eine Peitsche? Äh. Weißt du, dass du dir damit keine Freunde machst? Ich fand, ich fand das Buch, also gut. Ich hab ja die, die, die Bücher zu den Filmen immer gelesen oder auch zu Star Wars und sowas. Und ich fand, die, die Bücher zu Indiana Jones gingen so. Aber das zum Kristallschädel fand ich eigentlich recht gut. Und muss irgendwo noch ein Schatz sein. Ohne, hier bin ich falsch. Da. Da. Siehste. Hab ihn. Hast du ihn? Ich hab ein Teddybär gefunden. So, und jetzt Mission abgeschlossen. Super. Jetzt konnte ich euch keinen einzigen Fisch zeigen. Ja, geil. Es wurden alle Lebewesen gescannt, von denen ungewöhnliche biometrische Signale ausgehen. Ich frage jetzt wieder, wie kommt man hier raus? Damit ist die Mission abgeschlossen. Gut gemacht. Gut gemacht. Wie sei der denn reingekommen? So, jetzt sagt sie das neues Lebewesen. Und jetzt müssen wir quasi gucken, das Bild, was sie jetzt hat, anzeigt. Und vielleicht erinnert man sich dann dran. Vielleicht erinnert man sich dann dran, wo das war. Aber ja, man kriegt es auch auf der Karte grundsätzlich so ein bisschen angezeigt. So. Jetzt wüssten wir hier dieses Schwarz überbrücken. Ah, gut. Müssen wir nicht. So, was ist das? Sind das Vögel? Aufnahmen zeigen das betreffende Gebiet. Das sieht aus, als wäre es Trudevögel. Da kommen einige Vögel angeflogen, während die Quelle der biometrischen Signale ins Meer hinab sinkt. Okay. Ui. Ach, deshalb sieht die so komisch aus. Vielleicht handelt es sich bei der Quelle der Signale um den Anführer der Vögel. Stimmt. So, Karte. H7 ungefähr. Ja, ich gucke mir natürlich noch das Video an, hallo. Ja, deswegen habe ich da jetzt abgeworfen, damit du es guckst. Sie scheint außergewöhnlich gut schwimmen zu können. Wir benötigen mehr Daten. Versuche, dich dem Tier zu nähern und es zu scannen. So, und jetzt wird es hektisch. Nee, jetzt kannst du da hingehen und hoffen, dass du es irgendwo findest. Wo ist er? H7 circa. H7. Kannst du mir beamen, wenn du rauskommst. Oh ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Hallo. Äh, H7. Ich schwimme dir mal einfach hinterher. Warte mal, ich gucke mal. Also ich muss ein bisschen nach... Ach so, nach rechts. Ui, das sieht schlimm aus. So, ich mache mal ein bisschen Speed. Damit wir diesen komischen Fisch da kriegen. Okay, da ist jetzt... Das muss ich natürlich mitnehmen. Oh, Zylinder. Ein Seidenhut. Eiden. Was ist denn das für ein garstiger Hai hier? Das sieht aber übel aus. Junge. Uah. Junge. Das ist auch schon mal ein bisschen. Oh, das ist er, Jesse. Aus dem ersten Teil. Thanatos. Nachricht der Zentrale an alle Taucher. Die Daten des unbekannten Lebewesens sind bei uns eingegangen. Wir werden sie nun genau analysieren. Das Tier scheint mit dem Pelikan verwandt zu sein, aber ein Pelikan dieser Größe ist noch nirgends je gesichtet worden. Es muss sich um ein Lebewesen handeln, das nur in diesem Gebiet vorkommt. Die Zentrale hat sich in Anlehnung an den Namen eines mythischen Vogels für die Bezeichnung Simogdaria entschieden. Möglicherweise handelt es sich um den Anführer anderer Seevögel. Der Name scheint mir ziemlich passend für einen Anführer. Ja. Wenn wir sein Verhalten genau unter die Lupe nehmen, können wir sicherlich einiges über die Lebensweise dieses Tieres erfahren. Ja, ich weiß, dass ich mich verlobte. Ich weiß, dass ich mich verlobte. So, ähm, ja, Karte. So, wo war er denn jetzt? Achso, guckst du gerade, wie man reinkommt, ja? Ja, das ist so ein scheiß Felsmassiv. Ich tippe auf H6. Ich tippe einfach mal, dass dieses Loch bei H6 ein Brunnen oder sowas in der Richtung ist. Bin mir aber auch nicht sicher. Ich wüsste immer... Ey, was ist denn hier los? Hier sind ganz viele Schätze. Sorry, da muss ich... Da muss ich hin. Oh, Flaschen Schiff. Das ist was Größeres. Das ist bestimmt eine Schiffsflasche. Noch ein Metallofon. Da ist ein Brunnen, aber der gehört irgendwie nicht dazu. Der gehört nicht dazu. Nee, da kommt man noch zu. Ah, doch, da. Ah, ich weiß. Du musst unterwegs auch gucken, genau. Ja, das hatte ich schon mal. Ja. Bist du in dem Brunnen schon drin? Ja, ja, aber ich will noch unten scannen, ob da ein Fusch ist. Bei G6 ist der ja, der Brunnen. Ja, ja, ich hab gesehen, wie du reingeschlüpft bist. So, irgendwo waren doch da die Steine gerade. Bin ich schon zu hoch? Ist das eine Rutz? Ah, ich bin genau vorne dran. So. Och nee, der Typ, der ihn markiert hat, ist abgehauen. Jetzt sieht man den Fuzi in ihm. Ah Gott. Ah, da ist er. Doch, der kann man nicht übersehen. Na, gib mir denn den Vogel. Japanische Schreibbretter. Komm, nochmal. Oh, ich hab ein neues. Ah, guck mal da. Ich hab einen neuen Sticker gekriegt. Hier ist das eine. Also, Jesse, den kann man wirklich nicht übersehen. Ernsthaft jetzt. Das sind aber auch andere kleine Vögel, die da auch noch mal reintrauben. So. Simug Daria. Komm, das hören wir uns an. Aber Peimog Daria. Eines der einzigartigen Lebewesen, die nur in der verborgenen See vorkommen. Noch ist es nicht klassifiziert worden, doch man vermutet, dass es sich um eine Pelikanart handelt, wenn auch um eine enorm große. Das Tier ist ein kompetenter Taucher und kann dank seines großen Körpers längere Zeit unter Wasser bleiben. Es scheint mit Grüppchen von kleineren Pelikan-ähnlichen Seevögeln zu wandern, was darauf schließen lässt, dass es eine Art Führungsrolle hat. Es wurde auch beobachtet, wie Simug Daria seine Jungen aus dem Maul spuckte, damit diese bestimmte Aufgaben übernehmen. Ob es dabei darum geht, das Territorium der Gruppe zu beschützen oder darum, einen Beitrag zur Nahrungssuche zu leisten, ist noch nicht geklärt. So. Dann hätten wir das geklärt. So, und meistens, genau, wenn so Fische auftauchen, und dann hinterlassen die so hallo, so kleine Ios. Nee, so so XP Knaddelstar, so wie der da überm Kopf hat. Und so. Ui. Ah, ich brauch noch ein paar. Ich bin wieder keine Fische mehr hier dabei. Wo sind meine Piranha-Freunde hin? Schau mich doch eigentlich mit dem weißen Hai an, Freunden. Ich kann ja nie wissen, wann man es gebrauchen kann. So. Oh, das ist ein Arabeimer. Achso, das hat gerade eben gesagt. Oh, chinesische Weißschildkröte. Ach, hat die eine schöne Nase. Komm her. Oh, komm, Schmidt. Hilfenwilz. Oh, was habe ich denn hier alles gefangen hier? Was ist denn Zitzer da? Wo ist er denn hin? Der da, der, 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 der da. Ach, das ist ein Hecht. Na. Dann halt nicht. So. Was ist denn das jetzt hier für? Krasse Musik. Oh, oh. Moment, Moment, Moment. Moment, ich komme zu dir. Ähm, pass auf. Ich probiere. Hö! Arsch rein. Na ja. Wart mal, warte mal. Ja, doch geht. So ein Herz. Perfekt. Moment. Moment, ein Foto. Schönes Foto machen. Diese Steuerung ist unglaublich. Es ist wirklich. Es stimmt gar nichts mehr. Moment. So. Also, aufpassen. So, also, was heißt hier aufpassen? Wie rum geht das? Jesse, guck mal her. Hier, wenn man aufs hat, um rumzustehen. Wir gehen jetzt an unseren Kopf dran. So, bleib. Bleib doch mal. So, und jetzt machen wir das da. Wir werden übrigens von Fischen beobachtet. So. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Wie weiß man da, wo oben und unten ist? Ja, wie, also, wir sollen so in die gleiche Richtung gucken, oder was? Ja. Ach so. Ah. Ach so. So. Ja. Okay. Äh. Ja, genau, jetzt machen. Ja. Oh, was war das? Hey, da ist gerade ein Typ. Er hat's gesehen. Yeah. Moment. Jetzt, jetzt. Mann, wenn ich Fotos machen will, hörst du auf. Hallo. Hallo. Äh, wir können auch, wir können auch normal grüßen. Yay. So. Also, ich, 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 ich tüttel ja in die falsche Richtung. Was ist das eigentlich schon, ich hab ich den schon, wieso will denn der nicht? Da ist ja das schon vergessen, so, europäischer Wels, das ist aber ein Schlagabisch. So. So. Verlauter Herzchen machen, hat's vergessen. Was hat man denn hier in Silberkarpfen? Äh. Ich hab' den Hecht vergessen zu scannen, wo ich den nochmal finde, da. Ich bin schlecht, der Hecht. Alligator-Hecht. Alligator. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, wir können jetzt das nochmal rufen. Achso. Ja, wir können aber auch jetzt hier die Folge beenden. Das sind 45 Minuten und dann sehen wir weiter. Was ist denn das da? Eine Höhle gefunden? Wir können aber auch noch die Karte zu 80% aufdecken. Okay. Boah, krass. Jesse, warst du schon mal hier innen drin? Hier ist ein Tempel. Äh, nö. Ich probier's. Ich muss einfach den Gang weiter und dann... Ja, einfach da, wo ich bin. Siehst du das? Genau. Jetzt rechts abbiegen. Bist du das überhaupt? Nee. Okay. Mal gucken. Ah, du bist da unten. Ja, genau. Da jetzt drumherum. Immer links rum, links rum, links rum, links rum. Ganz unten. Also du einfach nur links rum, dann ist dann der Eingang. Kannst du eigentlich gar nicht verpassen. Ja. Ja. 1.000 Dollar Fisch. Ja. 1.000 Dollar Fisch. Das ist nach voraus, dass eine 50 Cent ist. So, kann man hier in den Tempel rein... Nachricht von der Zentrale. Die UL sind verschwunden. Jetzt sagt sie halt, ja, diese unbekannten Lebewesen, also der Pelikan da, der ist, sind verschwunden. Aber es gibt jetzt wieder neue seltsame Fische, wo du finden kannst. Und Schlüsselaal. Komm mit. Wie, der kann ich nicht mitnehmen? Ist ja lahm. So. Der hat 83% gescannt. Das ist eine 83%-Karte. Ja, es gibt auch einen Unterschied zwischen gescannt und entdeckt oder so. So. Was auch immer praktisch sein kann, nach oben schwimmen. Weil oben halt manchmal noch Fische sind. oder Sachen, die man vorher nicht sieht. Ja, aber nicht. Gerade. So, da ist wer. Wer mag das sein? Hallo. Hallo, Titio. Kommt noch einer. Chris kommt mit. Jo, servus. Servus. Komm mal rein. Gern raus, gucke. Ist gar nicht mal so interessant da drin. Da habe ich noch etwas anderes gesehen. Aber grundsätzlich... Was ist denn das Blaue da, was der da angepinnt hat da? Schatz. Achso. Das ist einer von seinen Stickern, den er benutzen kann. Wupp. Eine Skizze. Okay. Skizze gefunden. Ein Schatz hier drin. Oh, ein Kirschlachs. Nö, da war... Da war nichts drin. War auch... etwas enttäuscht. So, ich gucke mal, ob auf der Karte neue Fischis sind. Nicht wirklich, ne? So, ein bisschen höher hier. Oh, was ist das da hübsches? Sieht aus wie so ein kleiner, komischer Wald oder so. Besond auf jeden Fall. Ja, aber auch nur interessant. So, oh, das macht was. Achso, da sind wir rausgekommen. Mal rein. Nachdem ihr das nehmt. So. Will ich da... Oh, guck mal. Das sehe ich eben erst. Die kleine Schildkröte, die ich habe, die sitzt mir hinten auf der Sauerstoffflasche und lässt sich von mir tragen. Oh. Oh, ist das süß. Und freut sich. Einmal ist wieder schön in den Oben. Wieso? So viel Spaß für wenig Geld. Schildkröte tragen, so viel Spaß für wenig Geld, was? Ja, man freut sich. Ich kenne das Lied noch nicht mal. Sing mal. Sing mal. Das, sing mal. Nein. Sing mal, doch, sing mal. Sing, schreibt es immer in die Kommentare, wenn ihr sie singen hören wollt. Nur wenn ihr genug Ohren packt habt. Ja, haben sie. So. Wie geht der Weg jetzt wieder raus? Huch, was ist denn da oben? Wo kommt denn jetzt der Schatten hierher? Das ist Tag und Nachtwächse. Das ist noch nicht aufgefallen. Ja, doch, aber das ist schon krass. Okay. Dann habe ich ihn da jetzt schon wieder gegrüßt. Ich grüße hier dauernd die Luft, äh, das Wasser. Haucher, grüß mir das Wasser. Grüß mir die Tiefen und grüß mir das Boot. Genau so lautet das. Weiß jeder. Lieber euch war eine Höhle. Oder zumindest ein Durchgang. Zumindest ein Durchgang. Ja, da bin ich doch mal rausgekommen. Nein, wir haben noch nicht alles aufgedeckt. Ui. Wieso ist bei dir zuerst die Zeit weg als bei mir? Ach so, weil ich später angefangen habe wie du. Stimmt. So, was ist denn das da? Das sieht aber lustig aus. Ein blauer Arapaimer. Der hat noch Popel in der Nase stecken. Ich sehe es genau. Tokio-Bitterling. Oh, da ist die Höhle. Oh, zwei Minuten dreißig, schnell. Ich glaube, das ist nur, nein. Ach, das ist nur der Durchgang wieder. Sag mal, da komme ich doch her. Egal. Genau, da komme ich her. Egal. Schnell nochmal alles abscannen auf die letzten Minuten. Zack, 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 zack. Ganz viele Exemplare. Ich habe vorhin im Singleplayer-Tauchen, freies Tauchengedönse, halt wirklich, das war eine Karte, die stand nur aufs Höhlen. Und es gab irgendwie an jeder Ecke und noch mehr gab es Brunnen oder Zugänge, wo du dann rein konntest. Da war richtig was los, leider habe ich keine ID oder sowas von der Karte, was schade ist. So, dann war das jetzt mal ein etwas Ereignisloseres Tauchen, wobei wir eigentlich am Ende dann, oder in der Mitte, den Pelikan gesehen haben. Okay, ich bin jetzt das erste Mal in dem Schiff mit Propeller. Da gibt es mehrere. Boah, guck mal, das sind... Erfleckte, Großaugen, Stachelmakrile, ja dann. So, was haben wir denn noch? 43 Sekunden, gibt mir noch ein paar Fische. Wo man irgendwas machen kann hier. Da guckst du da, ein größeres Exemplar. Was ist das? Ja, ist mir egal, du kommst mit. Zu meinem Schildkröte. Die Schildkröte, die chillt halt einfach mal auf meinem Rücken, das ist so genial, ey. Schildkröte? Das ist die chinesische Weichschildkröte. Ich mach mal ein Foto. Die, die da drauf sitzt, das ist so cool einfach. In Fotosammlung speichern. Okay, es gibt eine Fotosammlung. Cool. Wusste ich gar nicht. Okay, ich sag dann mal Tschüss. Ne, wir sehen es jetzt gleich wie in der Übersicht, damit ihr auch mal seht, was los ist. Yeah. Wir haben doch 80% aufgedeckt. Ja, aber man bedenkt, dass wir nur zu zweit oder am Anfang waren und so. Also wenn du halt sowas machen willst, ist es vielleicht besser, das Ganze in bestehende Dinger reinzugehen und zu hoffen, dass viele drin sind oder so. Das ist echt eine verklinkerte Map. Ja. Definitiv. Hier, wer auch diese verklinkerte Map haben will, hier ist die ID. Tschüss. Also Tschüss ID meine ich jetzt. So. Dann sind wir bei 58 Minuten. Na, das ist alles so gut mache hier. Okay. Sag Tschüss Freundin. Tschüss Freundin. Notosaurier. Dieses Reptil lebte während der Triasperiode des Mesozoicums. An den Gliedmaßen befanden sich Finger mit Schwimmhäuten dazwischen, weshalb man annimmt, dass sich der Notosaurier aus einem Landreptil entwickelt hat. Mit seiner Länge von einem bis vier Metern lebte er in flachen Gewässern und jagte mit seinen scharfen Zähnen vor allem Fische. Untertitelung des ZDF, 2020